München 24-7, der Gong 96-3 News Channel. München 24-7, der Gong 96-3 News Channel. Jetzt das Nachrichten-Update für unsere Stadt. Gong 96-3, die München-Reporter. Und jetzt noch mehr Aktuelles aus München und der Region. Altstadt-Lehel aktuell. Rathaus aktuell. Oberbayern aktuell. Gong 96-3, das Wetter-Update für München und die Region. Auch heute wieder gute Chancen auf Sonne nach Nebel, trotzdem maximal 12 Grad. Und der Wetter-Trend für München und Umgebung. Morgen schafft es die Sonne noch öfter durch bei bis zu 17 Grad. Am Wochenende ist der Sonntag dann der schönere Tag. Die Gong 96-3 Verkehrszentrale. Die Münchenblitzer. Einwärts werdet ihr geblitzt in Obermenzing in der Pippinger Straße und im Landkreis Fürstenfeldbruck in Gärmering im Starnberger Weg. München 24-7, der Gong 96-3 News-Channel. Das Sport-Update. München 24-7, das Börsen-Update. München 24-7, die etwas andere Weisheit des Tages. Faulheit ist die Kunst, sich auszuruhen, bevor man müde wird. Gleich geht's weiter mit München 24-7. Ein kostenloser Stream der Gong 96-3 Nachrichtenredaktion. Probiert gerne auch mal das komplette Streaming-Angebot in unserer App oder auf unserer Website aus. Hier ist München 24-7, der Nachrichten-Channel von Gong 96-3. Unsere München-Reporter halten euch hier immer auf dem Laufenden mit allen wichtigen Nachrichten aus München und der Region. Aus Schwabing, Alexandra Goreiska, Gong 96-3. Aus Riem, Max Eckert, Gong 96-3. Aus Trudering, Sophia Weber, Gong 96-3. Immer im Blick die aktuelle Lage auf den Straßen und der beste Wetterbericht für München. Der Wettertrend für München und Umgebung, es bleibt wechselhaft. Bleibt immer up-to-date mit unserem Sport- oder Börsen-Update. Dazu recherchieren unsere Redakteure immer die besten Tipps für eure Freizeit in München. Einlass ist um 19 Uhr und der Eintritt ist for free. Immer aktuell informiert. Aus München und der Welt. Mit dem Gong 96-3 News-Channel. München 24-7. Unn. Untertitelung des ZDF, 2020